hi ho ho und herzlich willkommen zur 19 ausgabe von aufgemacht der weihnachts edition mit dem brettspiel adventskalender von frosted games heute 19 das türchen hier oben ist es ich habe diesmal geschaut das ist 19 das gestaltet sich nach wie vor als schwierig egal wie viel übung man hat aber es geht ein bisschen besser als bei den ersten malen wie ihr merkt so was haben wir hier 19 der dezember ist schon ein paar interessante sachen auch wieder ein haufen plättchen könnte ich jetzt auch gar nicht sagen was ist auf anheb etwas mit rittern auf jeden fall und riga riga ist es genau die großmeister erweiterung genau wir haben acht großmeister plättchen rika wispie stockholm teil in danzig geld ritter und kaufmann die man eben komplett mit dem spiel nehmen kann auch hier relativ viel regel dabei das heißt also auch nicht eine ganz kleine erweiterung nur also oftmals ist ja tatsächlich nur so ein promo plättchen aber auch hier ist relativ viel regel dabei wie man das einzuwerten hat ist auf jeden fall cool bin gespannt drauf schaue ich mir auf jeden fall jetzt auch noch mal genauer an ansonsten sehen wir uns morgen wieder und wir nähen uns so langsam dem großen finale macht's gut und bis dann ciao